Ja Leute, wir kommen ohne Aufzug. Ich brauche nicht nur eine Karte. Oh, das hat Ansagen. Ansagen ist super, wow. Ansagen kommt da aus, ihr könnt die Ansagen aufnehmen. Cool, 2020. Bitte warten Sie. Sie werden mit der Koninkotenzentrale verbunden. Jetzt geht es noch zum Glück. Ansagen. Ich habe die Ansagen aufgenommen. Aufzug nach unten. Wow, Ansagen sogar. Cool. Echt, Corona-Aufzug. Ich liebe das Corona-Aufzug. Aber Ansagen auf. Ich will mal die Aussicht mal zeigen hier. Ich will die Adressen und die Aussicht zeigen. Schöne Aussicht hier. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ja, das war alles versehen. Ich habe aus Versehen gedrückt. Das war aus Versehen. Ja, das habe ich verstanden. Danke für die Beindung. Ein schönes Mal. Was? Äh, äh. Das war irgendwie komisch. Ich habe euch auf Versehen, den Alarm gedrückt. Ich konnte den Mann irgendwie nicht so gut verstehen. Keine Ahnung. Der Mann konnte mir verstehen, was er mir gesagt hat. Schreibt mir bitte in den Kommentar. Bitte. Er hat gesagt, dann kann ich versuchen, zu verstehen, was der Mann genau gesagt hat. Ich konnte mich nicht richtig verstanden. Ich habe mich nicht richtig verstanden, was er gesagt hat. Ich denke mal, wie ich den Aufzug stecken leiden würde. Dann, wenn er mich nahm... Aufzug fährt nach oben. Ich habe mich auch. Aber ich habe nicht gewusst, dass es verboten wurde. Ich bin ja immer ein bisschen böse. ein bisschen verstanden. Danke. Boah. Ich bin ja auch... Hier kommt der Rückseite und die Grenze umsonst. Ich bin jetzt mit dem Löffs-Ansamen da oben. Der Löffs-Ansamen kommt da oben aus dem Schacht. Auf Zugang nach unten. Ich kann's gut ansagen. Und hier will ich leider aufnehmen. Weil er will nur den Schacht nachdenken. Das ist der Grund-Informationsschrift. Das ist der. Ich kann auf mehr Fahrt machen. Die Sagen können schon auf jeden Fall. Der Mann kennt jetzt meine Stimme. Tschau. Danke schön. Danke sehr. Tschau. Danke schön. Danke schön. Tschau. Danke schön. Tschau. alumin